In diesem Video geht es um eine weitere wichtige Säule der objektorientierten Programmierung, nämlich um die Datenkapselung. Datenkapselung bedeutet, dass Daten, die in Variablen innerhalb einer Klasse gespeichert sind, geschützt werden. Das heißt nicht, dass ihr gar nicht auf diese Daten zugreifen könnt, wie ihr das von internen Variablen in einem Funktionsbaustein kennt, sondern dass der Zugriff auf diese Daten kontrolliert wird. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass der lesende Zugriff komplett unterbunden wird oder dass beim schreibenden Zugriff nur Werte aus einem bestimmten Wertebereich zugelassen werden. In der objektorientierten Programmierung werden Daten, die in Klassen gekapselt sind, typischerweise Attribute genannt. In der SPS-Welt heißen die Eigenschaften. Und in diesem Video zeige ich euch, was diese Eigenschaften eigentlich genau sind, wie ihr einem Funktionsbaustein Eigenschaften hinzufügen könnt und dann den lesenden und den schreibenden Zugriff auf diese Eigenschaft programmiert. Und am Ende zeige ich euch, wie ihr diese Eigenschaft im Programm nutzen könnt. Der Ausgangspunkt ist hier dieser sehr einfache Funktionsbaustein zur Ansteuerung eines Schrittmotors. Der FB hat nur den Eingang B-Log, mit dem man den Antrieb sperren kann und die Ausgänge B-Enable und N-Val zum Aktivieren des Antriebs bzw. zur Vorgabe einer Geschwindigkeit. Der FB hat schon ein paar Methoden. Mit M-On kann der Antrieb aktiviert werden und über M-Off wird der Antrieb deaktiviert. Mit den Methoden M-Forward und M-Backward kann man dann noch eine Geschwindigkeit für die Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung einstellen, nämlich über den Übergabeparameter N-Speed dieser Methoden. In diesen beiden Methoden werde ich jetzt eine kleine Erweiterung vornehmen und zwar setze ich jetzt eine Grenze für die die Maximalgeschwindigkeit in die Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Und dazu lege ich zunächst noch einmal im FB eine interne Variable vom Typ Integer an und die nenne ich N-Val-Max-Local. Im Anweisungsteil der Methode M-Forward verändere ich die Vorgabe der Geschwindigkeit jetzt so, dass zunächst geprüft wird, ob die Vorgabe N-Speed die Maximalgeschwindigkeit überschreitet. Dann wird nur die maximal zulässige Geschwindigkeit angewendet, andernfalls eben der gesetzte Wert N-Speed. Die gleiche Änderung mache ich dann auch noch in der Methode M-Backward mit dem einzigen Unterschied, dass vor der Geschwindigkeit noch ein Minuszeichen steht. So, damit habe ich also erst einmal erreicht, dass die einstellbare Geschwindigkeit begrenzt ist. Allerdings ist diese Grenze N-Val-Max-Local eine interne Variable, auf die ich von außen nicht zugreifen kann. Und das ist jetzt ein typischer Anwendungsfall von Eigenschaften, mit denen man einen Zugriff auf interne Variablen ermöglichen und gleichzeitig auch steuern kann. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Eine Eigenschaft weist man einem Funktionsbaustein zu, indem man mit Rechtsklick auf diesen FB klickt und dann Hinzufügen Eigenschaft auswählt. Dann öffnet sich dieser Dialog hier, in dem man der Eigenschaft einen Namen vergeben muss. In dem Beispiel hier wähle ich p-well-max und dann muss man noch den Datentyp festlegen. Und das ist hier ein Integer. Über dem Eingabefeld hier steht tatsächlich nicht Datentyp, sondern Rückgabetyp, was auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich ist, weil ihr ja vielleicht erwartet, dass ihr über diesen Dialog nur eine Variable in dem FB bzw. dieser Klasse anlegt, was in anderen objektorientierten Programmiersprachen eben einem Attribut entspricht. Nehmen wir jetzt also erstmal hin, dass dies der Datentyp der Eigenschaft ist und genaueres dazu erkläre ich gleich. Eine Eigenschaft kann natürlich auch Zugriffsmodifizierer haben, also zum Beispiel Public oder Private, genauso wie das auch bei Methoden ist. Und wenn ich nichts angebe, ist die Eigenschaft Public, also nach außen hin, sichtbar. So, wenn ich diese Eigenschaft dann anlege, dann erscheint hier im Projektmappen Explorer unterhalb des FBs, ein neues Icon, hinter dem sich ausschließlich die Deklaration der Eigenschaft verbirgt und in der man auch keinen weiteren Code ergänzen kann. Ihr seht aber auch, dass man diese Eigenschaft ausklappen kann und darunter befinden sich zwei weitere Objekte, die mit Get und Set beschriftet sind. So, an dieser Stelle müsst ihr jetzt eine wichtige Sache verstehen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu vielen anderen objektorientierten Programmiersprachen. Die Eigenschaft, die ich gerade angelegt habe, ist selber keine Variable, sondern im Grunde nur eine Schnittstelle, die einen Zugriff auf interne Variablen ermöglicht und zwar eben über diese Get und Set Methoden. In diesem Beispiel hier will ich ja die Eigenschaft pvelmax verwenden, um auf die interne Variable nvelmaxlocal zuzugreifen. Der lesende Zugriff darauf sieht dann so aus. Der Name der Eigenschaft hat hier also die Funktionsweise eines Rückgabeparameters, an den hier der Wert von nvelmaxlocal übergeben wird. So, und beim schreibenden Zugriff kann ich dann der internen Variablen nvelmaxlocal den Wert von pvelmax, hier noch verarbeitet durch die Absolutwertbildung, zuweisen. Und hier hat dann der Name der Eigenschaft also die Funktionsweise eines Übergabeparameters. Okay, das sind also die zwei Methoden, die den lesenden bzw. schreibenden Zugriff auf die interne Variable ermöglichen. Und wie verwendet man die jetzt? Um das zu demonstrieren, gehe ich jetzt in das Mainprogramm. So, idfstepper ist hier eine Instanz des FBs, dem ich gerade die Eigenschaft hinzugefügt habe. Um jetzt schreibend auf die Eigenschaft zuzugreifen, ruft ihr den Namen der Instanz des FBs auf und greift dann über den Punktoperator auf die Eigenschaft zu. Und über diesen Zuweisungsoperator könnt ihr dann der Eigenschaft einfach einen Wert zuweisen. Implizit wird bei dieser Zuweisung die Set Methode ausgeführt. Dabei wird hier also der Wert 2000 für pvelmax eingesetzt und der Absolutwert davon wird dann an nvelmaxlocal zugewiesen. Und ähnlich simpel funktioniert der lesende Zugriff. Der Wert der Eigenschaft soll jetzt hier in der Variable nvelmaxmain gespeichert werden, die ich lokal im Mainprogramm deklariert habe. Auf der rechten Seite dieser Zuweisung steht dann also wieder dieser Ausdruck, über den dann wiederum auf die Eigenschaft pvelmax zugegriffen wird. Hierbei wird dann implizit die get-Methode ausgeführt. Es wird also der Wert der Variablen nvelmaxlocal gelesen und für diesen Ausdruck eingesetzt. Und dieser Wert, in diesem Beispiel ist das 2000, wird dann also an nvelmaxmain zugewiesen. So, das Schreiben und Lesen der Eigenschaft funktioniert also wirklich einfach. Was jetzt hier vielleicht nur erstaunt ist, dass ich ja gerade noch gesagt habe, dass eine Eigenschaft im Runde keine Variable, sondern nur eine Schnittstelle ist, die eine get- und eine set-Methode bereitstellt. Im Programm habe ich euch aber gezeigt, dass ihr diese Eigenschaft wie eine Variable verwenden könnt, auf die ihr über den Punktoperator zugreift. Und dann könnt ihr also dieser Eigenschaft einen Wert zuweisen oder den Wert lesen, wobei jedoch die Anweisungen ausgeführt werden, die in der set-Methode bzw. in der get-Methode stehen. Okay, jetzt zeige ich euch einmal im Online-Modus, dass die Begrenzung der einstellbaren Geschwindigkeit in diesem FB hier durch die Eigenschaft tatsächlich funktioniert. Im Main-Programm rufe ich zunächst den Anweisungsteil des FBs auf, wo aber nur das Log-Signal zum Sperren des Antriebs verarbeitet wird. Und dann wird hier, wie gerade schon beschrieben, die Eigenschaft gesetzt und nur zu Demo-Zwecken auch gelesen. Und dann kann ich noch über die Variable BFWD den Antrieb vorwärts laufen lassen mit einer Geschwindigkeit von 1000. Und wenn BBWD gesetzt wird, soll der Antrieb rückwärts laufen mit einer Geschwindigkeit von 4000, also mehr als durch die gesetzte Grenze von 2000 erlaubt ist. So, wenn ich dann das Signal BFWD auf True setze, seht ihr, dass beim Vorwärtsfahren auch die vorgegebene Geschwindigkeit von 1000 eingehalten wird. Beim Rückwärtsfahren wird allerdings die Geschwindigkeit auf minus 2000 begrenzt. So, ihr solltet bis hierhin also verstanden haben, dass ihr über eine Eigenschaft einen lesenden und schreibenden Zugriff auf eine interne Variable des FBs ermöglichen könnt. In meinem Beispiel hier wird der Zugriff auf die Variable nvelmaxlocal mit Ausnahme der Absolutwertbildung überhaupt nicht eingeschränkt. Die Variable kann also über die Eigenschaft pvelmax fast beliebig verändert werden. In der objektorientierten Programmierung ist das kein guter Stil. Hier könntet ihr nämlich berechtigt die Frage stellen, warum ich nvelmaxlocal nicht einfach als in-out Variable in diesem FB deklariere und dann könnte ich mir die Eigenschaft sparen. Die get und set Methode sollten also typischerweise restriktiver bezüglich des Zugriffs auf die internen Variablen sein. Im Beispiel könnte das für die set Methode so aussehen, dass der zulässige Maximalwert selber durch eine obere Schranke begrenzt ist, sodass also keinesfalls größere Werte als 10.000 zugelassen sind. Eine andere Einschränkung könnte sein, dass für die Eigenschaft pvelmax überhaupt kein lesender Zugriff gestattet sein soll, sodass ihr also die Schranke setzen, aber nicht auslesen könnt. Um das zu ermöglichen, löscht ihr einfach die get Methode. Wenn ich nach diesem Löschen das Mainprogramm nochmal kompiliere, seht ihr unmittelbar die Auswirkungen davon. Hier poppt jetzt nämlich ein Fehler auf, in der Zeile, in der ich den lesenden Zugriff auf die Eigenschaft vornehme, wo implizit die get Methode aufgerufen würde. Und genau das steht auch als Fehlermeldung hier unten in der Fehlerliste. Der lesende Zugriff kann nicht erfolgen, weil die get Methode fehlt. Wenn ihr zwar einen lesenden, aber keinen schreibenden Zugriff auf eine Eigenschaft wünscht, löscht ihr entsprechend die set Methode. Dafür habe ich hier ein sehr einfaches Beispiel konstruiert. Diese Eigenschaft p on count hat nur die get Methode, über die die lokale Variable n on count lokal verfügbar gemacht wird. Diese Variable n on count local habe ich zuvor wieder als interne Variable des FBs deklariert und diese wird bei jedem erfolgreichen Aufruf von m on um 1 inkrementiert. Diese Eigenschaft liefert also den Wert eines Zählers zurück, der von außen nicht verändert werden soll und dementsprechend auch keine set Methode anbietet. Dieser Zähler ist natürlich echt trivial, aber ihr könntet euch stattdessen auch einen Betriebsstundenzähler vorstellen oder einen Zähler, der irgendwelche sinnvollen Ereignisse zählt. Und für solche Anwendungsfälle macht dann eine Eigenschaft mit ausschließlich lesendem Zugriff auch Sinn. So dieser Counter war nur ein einfaches Beispiel für eine Eigenschaft ohne schreibenden Zugriff. Für den Rest der Erklärungen brauche ich den nicht mehr, also lösche ich diese Eigenschaft wieder, um eine Übersichtlichkeit im Programmcode zu behalten. So nochmal zur Wiederholung. Eine Eigenschaft ist selber keine Variable, sondern liefert einen Zugriff auf eine interne Variable und dieser Zugriff kann über die Get- und Set-Methoden gesteuert werden oder wenn eine der beiden Methoden gelöscht ist, wird der lesende bzw. der schreibende Zugriff komplett unterbunden. Der Datentyp der internen Variablen, auf die zugegriffen werden soll, muss aber nicht zwingend ein Standarddatentyp sein, wie bisher in diesem Beispiel, sondern eine Eigenschaft könnte auch den Zugriff auf eine Struktur realisieren. Und dabei gibt es etwas Wichtiges zu beachten, was ich euch jetzt noch zeige. Ich habe hier schon mal eine Struktur vorbereitet, die zwei Integer-Variablen enthält und das könnten die Obergrenzen für die Geschwindigkeit des Antriebs in Vorwärtsrichtung bzw. in Rückwärtsrichtung sein. Also statt wie zuvor nur eine Schranke für die Geschwindigkeit in beide Drehrichtungen, möchte ich jetzt für jede Richtung eine separate Grenze haben. Im FB ändere ich dann in der Deklaration der internen Variablen noch den Datentyp in die Struktur. So und in den Methoden mBackward und mForward passe ich dann auch noch entsprechend den Code so an, dass beim Setzen der Geschwindigkeit der Vergleich mit der entsprechenden Member-Variablen aus dieser Struktur erfolgt. Und in der Eigenschaft ändere ich dann noch den Rückgabewert in stvelmax, also in den Datentyp der Struktur, die ich ja gerade angelegt habe. So und genau um diese eine kleine Zeile Programmcode, in der die Eigenschaft deklariert wird, geht es jetzt. Diese Deklaration ermöglicht zwar einen Zugriff auf die gesamte Struktur, allerdings nicht auf einzelne Member-Variablen innerhalb der Struktur. Was das genau bedeutet und wie man das Problem lösen kann, zeige ich euch gleich. Zuvor aber passe ich nochmal die Set-Methode an. Und zwar so, dass die Geschwindigkeitsobergrenzen beider Richtungen auf 10.000 maximal beschränkt werden. Und ich füge noch die Get-Methode wieder hinzu. Dazu klicke ich mit Rechtsklick auf die Eigenschaft und wähle Hinzufügen und dann Get Accessor. In dem Dialog dazu kann man dann wieder einen Zugriffsmodifizierer wählen. Da wähle ich aber nichts, das heißt die Get-Methode ist wieder Public. In dieser Get-Methode wird dann einfach, wie ich das zuvor schon erklärt habe, die interne Strukturvariable an pvelmax zugewiesen und auf diese Weise ein lesender Zugriff auf den Inhalt der internen Variable ermöglicht. Im Main-Programm demonstriere ich jetzt wieder die Verwendung der Eigenschaft und dazu habe ich zwei Strukturvariablen schon angelegt. stvelmax.write habe ich mit Werten schon initialisiert und diese Variable verwende ich hier für den schreibenden Zugriff. Und genau wie zuvor kann ich auch wieder lesend auf die Eigenschaft zugreifen und dazu verwende ich die Strukturvariable stvelmax.read. Und hier seht ihr das Ergebnis im Online-Modus. Bei dem schreibenden Zugriff werden über die Eigenschaft pvelmax die Werte der internen Strukturvariablen auf 2000 bzw. 3000 gesetzt. Und das sind auch dieselben Werte, die dann über den lesenden Zugriff in die Variable stvelmax.read geschrieben werden. So, auf diese Weise funktioniert also der lesende und schreibende Zugriff problemlos. Wo ist also das Problem? Jetzt stellt euch einmal vor, dass ihr nicht immer die gesamte Strukturvariable schreiben oder lesen wollt, sondern ihr wollt nur auf einzelne Member-Variablen der Struktur zugreifen, so wie ich das jetzt hier mit den Werten für die maximale Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung versuche. Da seht ihr schon, dass hier zwei Fehler ausgegeben werden. Tatsächlich ist das hier zweimal der gleiche Fehler, nämlich, dass kein Zugriff auf die Komponenten der Struktur über den Punktoperator möglich ist. Um diesen Fehler zu beheben, müsst ihr nur zwei Kleinigkeiten in der Eigenschaft ändern. Erstens müsst ihr den Rückgabetyp der Eigenschaft ändern auf reference to stvelmax. Also statt einer Strukturvariablen soll nur die Referenz darauf zurückgegeben werden. Und zweitens müsst ihr in der get-Methode den Zuweisungsoperator ref-gleich anwenden, weil pvelmax ja jetzt eine Referenz auf eine Struktur ist und die damit eben keine Integer-Werte, sondern Adressen aufnehmen kann. Und genau das macht dieser ref-gleich-Operator. Der weist also die Adresse der Strukturvariablen stvelmax-local der Eigenschaft pvelmax zu. So, und wenn ihr mit diesen zwei kleinen Änderungen wieder in das Main-Programm geht, seht ihr, dass die Fehler jetzt verschwunden sind. Jetzt ist also der Zugriff auf die Komponenten einer Struktur auch über die Eigenschaft möglich. Und zum Beweis zeige ich euch das jetzt nochmal im Online-Modus. Wenn ich den Wert von nmaxfwdwrite verändere, zum Beispiel auf 3000, dann wird dieser Wert über die Eigenschaft auch an die interne Strukturvariable übertragen. Und von dort wird sie hier in der nächsten Programmzeile auch wieder korrekt ausgelesen und in der Variablen nmaxforwardread gespeichert.